Hey du, wir sind zurück. Wir spielen heute eine Runde Inter the Guns Nish. Passt, glaube ich. Passt, glaube ich. Ich habe es heute mal erst mal ausprobiert mit meinem Neffen, dem Erik. Und deswegen wollen wir mal hier probieren. Mit dem Marien. Hey, what have you? Must be a new arrival at the castle. Demonstration, now I have no future. Neh heh heh. Reloading. Gem by zero. Okay. And what? What? Oh. Oh. Also, Reiser Manuel, heed my words and I shall show you how to survive this accursed labyrinth, continue the road to build your tutelage. This is the mod for the new cam dojo, roll by the lamp. Find your ammo for fire, turn a hammer start with the dojo, but you can defeat the ground, use the dojo to build it by open area, use the dojo to reach the right hand. I'm ready. Go! Whoop! 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 Nice doing work. I know! Let's roll over the pit. First, the best way to move. And first, remember, a bullet can roll. I'm going to do it about you guys. I plan this one for you. Okay. Okay. Excellent. Long way of the world to use the new tool for the dungeon. Dungeon! One world! And you've got basic stuff. Good. 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 The top guy over. The reward I've gone for. Happy to open it! Be the first gun. Now, kill him! GON 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 Eilen professo Over here, we made it, and you know how to do it for, she's a botan, she's a botan, so it's 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 a botan, it's Black... Epipode, we're going to fight the 904 AM Version, good夜... Und zwar was. Bla 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 bla, all-oh-oh-oh. So, Challenge the boss. ding 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 Eine Blenke gezogen. Eine Blenke gezogen. Entschuldigung ökidöki Okay, let's do this then, face me and sing a convert I'm fine I'm fine I'm fine Death to me, I am a great man Well, so long have I ruled this horse Only to be undone by the like from you the rare slider Master of the Gungeon and Stunthrold You've done it, you've done it, you've beat that Leave me here to die again Idiot! Du bist so schwer. Oh, hello. Let's enter the Gungeon. Let's enter the Gungeon. We can do it. The money. Give me the money. Okay. Okay. No way. Okay. Okay. Is better than this. I don't know. I don't know. Oh. Oh, no. I'm done. Look at him. Now I've got him. Das ist ein Wettbewerb. ähm, was ist eigentlich meine andere Tams hier? Cold-Alm-Amo-Dropf, Cold-Facing-In Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Was macht das? Das ist nur ein Achtabler, Achtabler, Achtabler. Das ist nur ein Achtabler, 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 Achtabler. Hallo, da blunderbar. Das ist nur ein Achtabler, Achtabler. Das ist nur ein Achtabler, Achtabler, Achtabler. Das ist nur ein Achtabler, 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 Achtabler. Das ist nur ein Achtabler, 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 Achtabler. Das ist nur ein Achtabler, Achtabler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da? Wow 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 Bohoho Das war's für heute. Scoop, Gungeon Pepper, Blanks, Amour, Hatzherz, Hallo? Oh, finally! I knew I would be a while before someone came down here, but seriously? It's been forever. Anyway, we should get back to the shop. It's been so far too long. Come by when we're at the top levels. You can't miss it. You can't miss it. Miss it. You must have somebody here. I like this in the middle of the lake. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Okay, okay. Oh, hier wurde die Tour. Teleport 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 Schlüssel für mich Ich hab so viel Geld nicht in den Ich brauch einen mehr Geld Ich hab so viel 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 Geld Und dann möchte ich sagen Hier machen wir nochmal ein Päuschen Vielen Dank, dass du dabei warst Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn es heißt hier Into the Gungeon Und jetzt Exit the Gungeon Tschüss